Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der fünften Etappe des Neckarsteigs unterwegs. Startpunkt ist Hirschhorn und Ziel ist Neunkirchen. Diese Etappe hat etwa 18,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Ein Gemäuer, herzlich willkommen auf der fünften Etappe. Gemäuer und Berg hoch, am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. 扶 frente zu Griechen. Ich bin überzeugt, dass Sie eine Frau ausgedrückt werden sollen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt geht man so einen Weg, der die letzten Touren schon etwas langweilig war und jetzt ist hier noch die Burg geschlossen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020